Das weißt du doch nicht. Wir haben heute den 12., den 12. Tagesheiligabend. Oh je. Weißt du nicht. Na, ist ja nicht so schlimm. Aber gucke mal, da gibt's ein Miniatur-Weihnachtsmann. Bitte schön. Und, ach so, ja, stimmt. Guck mal, möchtest du den mit nach Hause nehmen? Okay, der zieht bei dir ein. Bitte sehr. Guck mal, nee, geh mal hier raus. Hier raus. Und denn der nächste junge Mann kommt da an. Der guckt mich ganz böse an. Guten Tag, gib mir mal Füllchen. Ja, guten Tag. Ja, wer bist du denn? Der Datsi. Und wie alt bist du? Vier Jahre. Ist ja in Ordnung. Vier Jahre. Oh, das möchte ich auch noch mal sein. Was wünschst du dir denn, Kollege? Eine Eisenbahn. Eine Eisenbahn. Du riecht eine große Lok, die dann in deinem Zimmer steht? Oder meinst du so mit Skien und Fahrzeug? Ja. Ach, na, das ist aber toll. Na, okay, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Einmal ein Schokoladenweihnachtsmann. Schau mal, der ist zum Anknabbern. So, und dann haben wir hier heute ein Teddybeer. Bitte sehr. Super. Wunderbar. Oh, danke schön. Ja, ein Wunzettel. Okay. Ein Bild für den Weihnachtsbaum. Moment, ich gucke mal rein. Für den hatte ich die Masse. Ja, ja. Oh, das ist aber schön. Guck mal, hat er doch gut gemacht für vier Jahre, ne? Richtig, super. Ja, ganz genau. Legen wir mal hier ab. So, dann kommt mal die Liste. Oje, das ist so schlecht, dass weg die Bierflasche fallen hat. Ja. Ja. Oh, das war so. Aber so. Ja, was gibt's die Klaue? Super. Sehr gut. Die Klaue ist so. Jetzt ist doch, dass wir hier, wie ein Schaue sind, nach dem Betrieb ist so gut. Und weißt du denn, was wir tun?